Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider for the Last Revelation. Weiter geht es! Hey, das war gut ausgewichen. Na, was macht der Hebel? Ach, jetzt muss ich wieder nach oben. Au. Werf mich mit deinem Teilchen rum. Ähm, speichere mal hier kurz. Mal gucken, ob ich den Rest in diesem Part inpacken kann. Kleines Medipack. Ach, nö. Und einfach laden ist mir zu lame. Nyaaah Nyaaah Na, wo muss ich denn hin? Ah, hier rein Na, wo führt das hin? Ah Ah A meaty pack Na, na, na Na Seht mir auf Hä? Hä? Ah Filmsequenz Echt? Ich habe das auch so und so hoch geschafft Nein Noch nö Ja 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 Sprung Ja 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 Aha, hier rein Hehehe Ab in das Licht. Hier macht er das anscheinend gar keinen Macht So, Seth Jetzt wirst du versiegelt Hier drin Und zwar endgültig Du hast es nie kapiert Und diesmal speichere ich Und zwar endgültig Jetzt kommen Fallen über Fallen Das heißt jetzt etwa auswendig lernen Und zwar endgültig Jetzt weiß ich auch woher das Beben kam Von diesem verdammten Felsen Der von der Decke fällt Einfach so Und zwar endgültig Ich lerne auch nicht dazu Warten Ein Schritt zu viel Ein Schritt zu viel Ein Schritt zu viel Und man ist tot Ein Versuch noch Und ich beende hier den Part Und ich beende hier den Part Es hat geklappt Und wie gesagt Ich habe ja gesagt noch einen Versuch Noch etwas genug für einen Part Was noch kommt Ja Ein paar Versuche wird es wahrscheinlich noch brauchen Um das zu schaffen Ja Ja Ich mache hier einen Cut Und bis zum nächsten Part In die Part Also Gott.